VeChain, unser klares Primärszenario und wie sich unsere Spotorder sehr wahrscheinlich verschieben wird, das erfährst du hier in diesem Video und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen VeChain-Spezial-Update-Video hier von Trading on Air. Ja, wenn dir der Content gefällt, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Algo zu pushen. Würde uns auf alle Fälle auch mega freuen und supporten. Zudem all unsere wichtigen Links wie Budget, wo ihr euch einen Großteil der Gebühren lebenslängig sparen könnt oder auch die kostenlose Telegram-Signalgruppe sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und damit würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein. VeChain notiert hier bei den 0,0367 Dollar, dementsprechend hier mit 4,3% im Minus die letzten 24 Stunden. Wenn wir uns das auf die letzten 7 Tage ansehen, ist das nicht ganz so schlimm. Nur 2,8% abgegeben auf die letzten 7 Tage. Was das Ganze jetzt für den Chart zu bedeuten hat, schauen wir uns selbstverständlich jetzt hier an. Und demnach, ja hier zunächst wie gewohnt hier für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, wir gehen demnach davon aus, dass VeChain hier seit diesem Zeitpunkt hier einen ersten Impuls nach oben ausgeformt hat, diesen ganz, ganz wichtigen mit einer korrektiven Gegenbewegung hier korrigiert hat und wir demnach hier im Sommer 2023 unser BM aktiv hinterlegt haben und seit diesem Zeitpunkt hier in den nächsten Aufwärtsimpuls hier bei VeChain einmal gehen. Und diesen sehen wir aktuell mindestens laufen hier Richtung 36 Dollar Cent. Das Ganze werden wir für euch selbstverständlich hier auf diesem Kanal hier dann nochmals konkretisieren beziehungsweise auf dem Laufenden halten. Aber stand jetzt unserer Meinung nach im Bullrun für VeChain der Widerstandsblock beziehungsweise die Marke mit der höchsten Wahrscheinlichkeit hier die 36 Dollar Cent. Ehe wir jetzt auf die genaue Analyse hier eingehen, kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen oder bei VeChain eben unsere Spotorder, ja nochmal etwas leichter adjustieren, werden wir euch da selbstverständlich in einer kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden halten. Denn so sehen ja beispielsweise Signale aus. Dazu muss aber gesagt sein, das sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt das nachmachen, müsst das natürlich nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Aber ihr seht, komplette Transparenz und unserer Meinung nach diese Form der Transparenz auch einzigartig hier auf YouTube. Zudem traden wir das Ganze hier auf BitShot. Das heißt, wenn du dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder eben einfach nur sicherstellen möchtest, dass diese Trades auch eins zu eins bei dir greifen, würde es sich anbieten, wird ein Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss natürlich. Auch die Talk-and-News-Gruppe unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite immer kurze Zwischenupdates rein. Oder falls du einfach noch einen Austausch mit der Community beziehungsweise mit uns interessiert bist, kannst du sehr wahrscheinlich auch gerne beitreten. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt gehen wir hier weiter im Kursgeschehen. Gehen einmal runter auf den Eintageschart. Hier seht ihr nochmal den Untercount unserer ABC-Korrektur hier in weiß. Und demnach gehen wir wie gesagt davon aus, dass der Boden hier hinterlegt ist. Zum einen, weil es das ganze korrektiv schön abgeschlossen ist. Und zum anderen, wir hier eine impulsive Reaktion hier einmal Richtung Norden haben. Plus jetzt aktuell gerade eine korrektive Gegenbewegung hier einmal am Ausform sind. Was das Ganze seit diesem Hoch auch nochmals wahrscheinlicher macht. Dass es sich hier eben um eine Welle 2 hier eben handelt. Und dann mit einer 3, 4 und 5 hier dann ja relativ schnell dann auch Richtung den 36 Dollar Cent. Hier dann einmal ja in Form dieses fünfteiligen Impulses, den wir hier jetzt haben. Und der jetzt leicht verschoben ist. Aber den dann hier einmal so ausformen werden. Unserer Meinung nach mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, um dann im Anschluss gegebenenfalls mit einer Welle 4 und 5 das Ganze noch höher zu kaskieren. Aber da werden wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Wenn es da genauere Infos gibt. Dafür ist es jetzt einfach noch viel zu früh unserer Meinung nach. Deswegen konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt. Wir gehen davon aus, neues All-Time-Hyper-V-Chain. Und da ist der letzte signifikante Support-Bereich, beziehungsweise die letzte Größe Rücksetzer. Den wir in der Elliott-Wellen-Struktur hier dann eben sehen, beziehungsweise erwarten würden. Ehe es dann zu einem sehr, sehr parabolischen Anstieg dann eben hier gehen wird. Ähnlich wie es hier war. Ähnlich wie es dann hier in der nächsten Impulsbewegung nach oben war. Auch hier haben wir sehr, sehr steile Anstiege gesehen. Liegt einfach daran, dass es impulsive Wellen waren. Wir gehen danach in die dritte Impulsbewegung. Was in der Regel am Kryptomarkt die impulsivste ist. Bedeutet, wir können uns hier gut und gerne schon mal vorbereiten auf einen nächsten starken Kursanstieg. Hier bei VeChain. Davor müssten wir aber noch durch unsere Wellen-2-Korrektur durch. Dann stehen eigentlich der Welle-3-Expansion hier wenig Sachen. Unser Meinung nach, wie gesagt, noch entgegen. Gut, das ist das sekundäre Szenario. Wir fangen mit dem primären Szenario hier an. Demnach, wie gesagt, hier top hinterlegt. Auch den Bereich hier oben wunderbar abgreifen können. Und hier einfach mal von der Unterkante unserer Box hier in der Spitze bereits 37% abverkauft. Wir gehen aber erst davon aus, dass das hier der erste Teil dieser Abwärtsbewegung war. Ihr seht, wir haben es hier sehr, sehr schön gekennzeichnet. Mit einem Leading-Diagonal, was wir hier eben primär erwarten. Dass wir eben hier unsere Welle 1 ausgeformt haben. Korrektiv hoch in einer 2 sind. Das heißt, eine steile Korrektur auch hier ausgeformt haben. Dann in einer Welle 3 scharf abverkauft sind. Eine Seitwärtsbewegung in einer Welle 4 in Form eines Triangles. Und dann nochmal eine Welle 5, die kürzer ist wie unsere Welle 3. Und somit hier ein sehr, sehr schönes Contracting-Leading-Diagonal. Was auch wieder eher charakteristisch ist für eine korrektive Bewegung. Bedeutet, dass es sich hier um eine Welle A handelt. Etwas wahrscheinlicher, wie dass es sich hier um eine Welle 1 handelt. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass es sich hier eben um ein Leading-Diagonal handelt. Bedeutet, wir würden jetzt das Ganze hier primär als abgeschlossen sehen. Und würden jetzt erstmal hier mit einer Recovery hier zu den 4,26 Dollar Cent hoch bis zu den 4,53 Dollar Cent erstmal rechnen. Das Ganze kann sich selbstverständlich ausdehnen hier bis zu den 4,93 Dollar Cent. Das heißt, bis zur 5 Dollar Cent Marke. Dann wird das Ganze schon mal wahrscheinlicher, dass wir hier gegebenenfalls eine Übertreibung reinbekommen. Wir gehen aber primär davon aus, dass es sich hier um einen fünfteiligen Impuls nach unten handelt. Bedeutet, um ein Leading-Diagonal in einer Welle A. Bedeutet, wir würden keine Übertreibung hier erwarten. Was auch für eine Welle 2 per se schon mal wahrscheinlicher ist. Dass man hier keine flache Struktur in Form einer überschießenden E hier einmal reinbekommt. Weshalb wir davon ausgehen, normales Retracement hier nach oben. Aktuell fehlen uns noch die Daten, welche Bereiche hier, ja die Bereiche mit der höchsten Wahrscheinlichkeit sind. Und per se kann man schon mal sagen, das Golden Pocket hier bei den 4,53 Dollar Cent hoch bis zu den 4,65 Dollar Cent. Hier per se immer ein ja sehr sehr markanter Bereich, beziehungsweise der Bereich im Vorfeld mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Je nach interner Struktur kann sich das Ganze selbstverständlich nochmal verändern. Aber das wäre der Go-To-Bereich, wenn wir eben einen Bereich bereits jetzt festlegen müssen. Ansonsten hier die Marken beim 0,5er Fibonacci Level, beim 0,786er Fibonacci Level definitiv relevant. Maximale Ausdehnung hier 0,887er Fibonacci, aber für uns ja von der Statistik rein im Vorfeld einfach zu uninteressant, hier dieses Level mit einer starken Wahrscheinlichkeit eben gewichten zu können. Bedeutet, wir würden jetzt davon ausgehen, dass das Tief erstmal ja kurzfristig hinterlegt ist und wir uns jetzt hier erst einmal hier korrektiv rauf bewegen werden. Wie das Ganze hier vonstatten geht, müssen wir noch schauen, aber wovon wir eben primär ausgehen, dass es sich hier einfach ja um korrektive Züge nach oben sehr wahrscheinlich einmal handeln wird, um dann hier mit einer Welle C nochmals abzuverkaufen. Und jetzt können wir jetzt hier mal unser Trend-basiertes Fibonacci Extension Tool nehmen. Hier Startpunkt der Welle A, dann über den Endpunkt der Welle A und dann einfach mal fiktiv aufs Golden Pocket, was der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist. Und da sehen wir unser 1er Fibonacci bzw. 1-to-1-Ratio hier punktgenau bei unserem 0,5er Fibonacci aber hier bei den 2,7 Dollar Cent. Bedeutet, dass wir hier dieses Level sehr, sehr starken Support zum einen errechnen können, zum anderen hier der nächste starke Support, aber dass wir eben hier unser Spot oder diese aktuell gerade hier an der Oberkante unserer Box hier leicht drüber befinden, die leider sehr, sehr knapp nicht abgeholt worden ist, höchstwahrscheinlich nochmal verschieben werden, werden wir euch selbstverständlich in einer kostenlosen Telegram-Signalgruppe nochmal auf dem Laufenden halten, aber die werden wir höchstwahrscheinlich nochmal eine Etage tiefer setzen, denn wenn wir hier von Optimalbereich zu Optimalbereich hier einmal laufen, dann laufen wir auch auf den sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen Überschneidungsbereich in unsere übergeordneten Wellen-2-Korrektur raus, den wir dann definitiv hier mit starker Unterstützung auf der Long-Seite dann eben versuchen handeln zu können, um dann in den starken parabolischen Anstieg einmal gehen zu können, den wir dann eben hier im Nachgang dann wie gesagt erwarten würden. Gut, soviel zu diesem Szenario, das ist aktuell unser primäres Szenario, sollten wir das tief nochmal holen, wie gesagt 0,382, wie wir in der Stelle nochmal im Blick behalten, aber dann steigen die Wahrscheinlichkeiten schon, dass das Ganze sich hier eben um ein übergeordnet anderes Szenario hier handelt, nämlich, dass wir etwas unmittelbar bearischer unterwegs sind und die Korrektur gegebenenfalls schneller abschließen als erwartet. Wie gesagt, aktuell nicht primäre Erwartungshaltung, wenn wir das Ganze hier dreiteilig zählen, W, X, Y, A, B, C in der Y, das wäre dann hier 1, 2, bedeutet, wir würden hier nochmal runterfallen in einer Welle 3, 4 und 5 und würden dann hier auch mindestens auf das 0,5 Fibonacci Level hier einmal rechnen, dass wir runterfallen, das heißt sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier diese Spotorder, die hier wie gesagt leider sehr, sehr knapp nicht abgeholt worden ist, dann eben nochmals eine Etage tieferlegen auf das nächste relevante Unterstützungs-Fibonacci Level hier bei dem 2,7 Dollar Cent. Wie gesagt, werden wir euch auf Telegram auf dem Laufenden halten, wird höchstwahrscheinlich dann, ja vielleicht sogar heute schon eine Nachricht kommen, wie wir das Ganze hier einmal anpassen. Aber wie gesagt, das ist das Sekundärszenario, wann wird das Bruch, wenn dieses Tief hier verloren geht, unmittelbar, dann sieht es danach aus, dass wir eben hier in dieses Szenario einmal direkt gehen, wenn wir uns hier etwas stabilisieren und uns auch länger hier halten und dann in einer übergeordneten Flat-Struktur unsere Welle B ausformen, ist das alles fein, sollten wir unmittelbar nur das Tief herausnehmen, sieht es nicht gut aus, aber das wäre per se auch schon mal was, was wir uns sehr, sehr gut vorstellen könnten, sowas, dann hier eine überschießende B in unserer normalen Welle B, um dann hier das Retracement zu kommen und dann runterzufallen. Das Ganze würde dann sehr, sehr gut zu diesem Szenario passen, bedeutet, wenn wir hier diesen Move sehen, dann ist definitiv eine überschießende B möglich in dieser übergeordneten Welle B. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist dann wieder von den Wahrscheinlichkeiten her sogar gar nicht so unwahrscheinlich, werden wir euch aber dann selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wenn wir hier eben mehr Daten im Chart einmal haben. Wie gesagt, das ist das Sekundärszenario, wird Spruch, wenn wir unmittelbar dieses Tief verlieren, ansonsten, wie gesagt, das andere Szenario. Definitiv stand jetzt unser primärer Szenario und demnach werden wir auch unsere Spotorder sehr wahrscheinlich hier einmal anpassen. Das würde dann auch ganz, ganz gut passen mit dem Sommerloch, dass wir hier eben ja die letzten Wochen bereits auf diesem Kanal ja mehrfach auch thematisiert haben. Gut, das soll es zu beitragen gewesen sein. Wir bedanken uns schon mal über jegliche Form von Support. Wir hören uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum nächsten Update und damit traden wir erst raus und macht's gut. Ciao, ciao.